Guck mal, der bewegt sich kaum und ich treffe ihn noch nicht mal. Oh! Habt ihr diese Bogenskills gesehen? Bogenskills des Todes waren das. Des Todes. Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute eine Minecraft EnderGames Runde auf dem GOMA HD Server. Und wie ihr seht, ich habe es in einer Runde EnderGames geschafft und ich werde jetzt mal gucken. Ich habe jetzt schon viele Anläufe davor probiert. Ich nehme jetzt dafür die Kiste. Und es hat nichts wirklich funktioniert. Es war immer... Boah, scheiße. Natürlich nichts. Egal. So. Also, weiter, weiter, weiter. Ich habe das Kid Kangaroo. Damit kann ich einen Doppelsprung machen. Also, falls ihr das Kid nicht kennt, aber ich denke mal, jeder von euch wird das kennen. Und ich denke mal, jeder wird auch dieses Spielprinzip kennen. Und wenn nicht, dann ist das echt schlecht. Tut mir leid, aber... Und der eine schreibt, er hat nichts gelootet. Äh, looten schreibt man mit Doppel-O, aber macht ihr nichts draus, mein Freund. Äh, deutsch... Äh, oder es sind ja eigentlich Englisch-Skills. Die hat nicht jeder. So. Ja. Oh, zum Glück, ey. Ich habe nur das Eisen bekommen. Ich wäre ausgerastet. Hätte ich das nicht bekommen. So. Weil, ich schaffe es einfach im Moment keine Ender-Games-Aufnahme hinzubekommen. Und, naja. Jetzt habe ich... Wollt ihr... Warum wird mir natürlich dieser Kack hier weggenommen? Muss ich mir jetzt ein Goldschwert machen? Ist das jetzt... Echt wahr? Ich darf nur ein Goldschwert machen. Wissen Sie, was ein Goldschwert ist? Ein Haufen Scheiße. Entschuldigung, dass ich gerade so aggressiv bin, aber... Ich bekomme einfach im Moment nichts hin. So, ich habe ein Eisenschwert. Meine Güte. So, der nächste ist 65 Blöcke entfernt. Reicht. Passt. Und ich spiele im Default-Texture-Pack. Und ich habe Diamanten-Boom. Wo ist er? Oh, Mann. Okay. Dann werde ich mir eben ein wenig Rüstung. Ich habe dann was so. Damit ich in keine Fallen gerate. Oh, Mann. Ich bin so behindert, ne? So. 66 Blöcke. Okay. Er kommt auf mich zu, denke ich. Oder vielleicht ich. Oh, gerade... Oh. Sieht ja im Moment gar nicht so schlecht aus, mal zwischendurch. Mal eine Runde, die nicht abgrundtief scheiße ist. Weil das regt mich einfach auf, wenn ich hier zocke und zocke und ich einfach nichts schaffe. Ja, zum Glück bin ich ja ein Känguru. Und dann kann man einfach hinterherjumpen. Und wenn ich manchmal so leise bin zwischendurch... Ich bin einfach konzentriert, weil ich will diese Runde nicht schon wieder verkacken. Und naja. Moment. Oh. Ich weiß nicht, was das für ein Kit ist. Vielleicht ist das... Der hat ein Holzschwert, aber... Vielleicht ist das auch einfach so ein übelst OPs-Kit. Irgendwie Bomber oder so. Und da vorne ist ein Hütchen. Ich sehe es ja im Moment nicht. Egal, probieren wir es einfach mal. So. Nee, oder? Jetzt wurde er getauscht. Egal. Egal. So. Ein bisschen Damage reindrücken. Die Runde fluckt. Den Bogen will ich natürlich haben. Oh, ich habe noch jemanden getötet. Läuft. Ey, das ist mal nice. Auch wenn... Jetzt... Oh, eben kurz gucken. Okay, ich bin weit weg von den ganzen Leuten. Also was habe ich denn noch nicht? Okay. Und hier ist noch eine bessere Chestplate und einen besseren Helm. Obwohl Gold ist gleich gut. Dann kann ich mir noch bessere Schuhe machen. Und es haben sich viele Änderungen ganz gewünscht. Und naja. Und da möchte ich nochmal eben kurz jetzt eben schnell ein Thema ansprechen. Ich habe auch Twitter und Facebook. Auf Twitter poste ich ordentlich was. Und wenn ich mehr Follower hätte, würde ich da auch jeden Tag viele Sachen posten. Facebook bin ich nicht wirklich aktiv, hatte ich jetzt... Weil wenn keiner sich meine Seite anguckt, dann poste ich da auch nichts. Und sonst habe ich eigentlich nichts. Ich habe noch Twitch. Aber da kann ich halt... Ich bin halt... Also mein Internet ist scheiße. Dann kann ich natürlich keine Livestreams machen. Dann bringt mir auch Twitch nichts. Aber ich habe es einfach gemacht. Einfach, weil ich es kann. So, da ist unser Freund irgendwo. Ja, da vorne ich sehe ihn. Also ein Name. Und ich habe etwas Respekt. So. Ich habe natürlich auch kein Level. Das ist natürlich auch etwas ärgerlich. Und mein ganzes Inventar ist einfach voll. So, leer, leer, leer. Und wäre echt cool, wenn ihr irgendwie Facebook oder Twitter habt. Ich denke mal, da drunter unter euch gibt es irgendwelche, die das haben werden. Und wäre echt cool, wenn ihr mir folgen könntet. Dann werdet ihr auch auf dem aktuellen Stand, was ich gerade mache. Zum Beispiel auch auf welchem TS ich gerade bin. Ich bin mich auch oft zum Beispiel auf dem Gomme TS. Und habe da einen eigenen Channel. Und da könnt ihr dann auch zum Beispiel mal vorbeischauen. Und sonst habe ich jetzt eigentlich nichts mehr zum Ansprechen. Außer, äh, ich möchte einen lieben Mitschüler aus meiner Klasse grüßen. Er ist ein echter, ein echt Behinderter. Möchte ich nur eben anmerken. Ähm, und wenn du das Video siehst, fühle dich geehrt. Du bist, äh, behindert. Und, ähm, ja. Jetzt erst mal die Runde zu Ende spielen. Und ich bin mit dem getauscht. Oh, ich bin nicht der PvP-Profi, falls ihr jetzt irgendwie denkt, oh, mach ihn doch mit dieser und dieser Taktik. K.O. Keine Ahnung, was ihr da wollt, ey. Ich bin scheiße wie sonst was. Oh, guck. Sag ich doch. Guck mal, der bewegt sich kaum. Und ich treffe ihn noch nicht mal. Oh, habt ihr diese Bogenskills gesehen? Bogenskills des Todes waren das. Des Todes. Und jetzt verkacke ich aber das Finale. Aber ist doch egal. Das waren einfach die Skills des Todes. So, gut. Diese Runde läuft. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Und, ähm, ja. So, weiter geht's. Und ich habe leider, nämlich jetzt gerade auch die, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon bemerkt habt, wenn ihr dieses Video, äh, aufmerksam geguckt habt, äh, habe ich keinen, der mit mir aufnimmt. Also, ich finde es schade, weil es hatte sich jetzt keiner, hatte irgendwie keiner Bock Zeit, pipapo, mit mir aufzunehmen. Und dann habe ich mir so gedacht, hm, ich muss auch mal wieder ein neues Video bringen. Dann nehme ich halt alleine auf. Und, ja. So. Weiter geht's. Über die Bäume, wie ein Affe. Oh man, ich bin so behindert. Ach, hier kann ich diese Pfeile... Natürlich nicht. Ah, hier habe ich vorhin jemanden getötet. Er war anscheinend Delfin, weil da noch seine blauen Schuhe rumlagen. So. Nom nom nom. 86 Blöcke, 83 Blöcke. Behönt 69, stand da eben. Weiter geht's. Okay, ich müsste ihn eigentlich gleich sehen. Fände ich jetzt gut, wenn ich irgendeinen Obsidianblock oder so hätte. Ah, da hinten sah. Ich bin so ein Kack-Loop. Ich bin so... Okay, ich habe einmal getroffen. Jetzt fühle ich mich gut. Okay, okay, okay. Wie machen wir das? Äh, wo bin ich? Also, also, wo bin ich? Ach, der ist da oben. Der hat ein guter Ausdustung, glaube ich. Und der sieht auch nicht geschwächt aus. Oder der darf eigentlich vorhin nicht in irgendeinem Kampf verwickelt worden sein. Äh. Da ist er, mein Freund. GG, meine Freunde. Der Keks-Teddy hat eine Ender-Games-Runde gewonnen. Was ist da los? Na egal. Also, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt dem Video doch eine positive Bewertung. Ich würde mich freuen. Und dann würde ich mal sagen, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Checkt mein Twitter und Facebook aus. Haut rein. Ciao.